Hi Friends, wir sind wieder zurück bei der Calvin und Marvin Game Master Reihe und ich laber gar nicht lange drum herum, sondern fang an mit dem Video. Okay, let's go. Der Reifen ist platt, Alter. Der ist geplatt. Lass mal gucken, kurz mal. Der wurde zerstochen oder angestochen. Ja, das haben wir schon so gut. Ja, stimmt. Die Tresor haben sie ja auch abbekommen. Ich bin mal gespannt, was da jetzt drin ist. Das war ja mein Tod, ne? Nein, nein. Das ist offen. Ja, das haben auch alle, für die es nicht gut gestimmt war. Marvin, du glaubst nicht, was da jetzt ist. Du glaubst nicht, was da jetzt ist, Marvin. Leute, Leute, Leute. Der Tag ist vergangen. Wir sind ein bisschen klargekommen. War gestern ein bisschen heftig. Ja, wir kamen selber nicht drauf klar. Da wusste ich, ob wir das zeigen sollen. Ja, Mann. Hier ist der Tresor, Leute. Wir haben ja nicht gezeigt, was drin ist. Ja, Mann, jetzt, wo wir uns beruhigt haben, können wir es eigentlich zeigen, ne? Genau. Ich würde sagen, wir zeigen jetzt, was im Tresor vom Game Master drin ist, den er uns am ganz Anfang schon gegeben hat. Genau. Nehmen wir uns keine Ahnung, wie viele Tage haben wir gebraucht, den zu öffnen? Vier, fünf Tage oder was? Vier, fünf Tage haben wir das Ding jetzt mit uns geschleppt. Sagen, öffne ihn. Ich öffne ihn jetzt mal. Dresor, öffne dich. Oh, das ist super. Okay. 666999. Enter. 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 Alter. Alter, ja, okay. Die sind wahrscheinlich für seins weg. Wahrscheinlich nicht privat gedacht. Die dürfen sie wahrscheinlich nicht für sich privat ausgeben, sondern für irgendwas vielleicht gern machen, wie der Hinlust oder so. Denk ich mal. Ich habe da auch ein mulmiges Gefühl. Bis jetzt hat er aber noch gar nichts geschrieben, was komisch ist. Wir wollen jetzt noch extra mal warten, ob er was schreibt. Ja, aber er hat nichts geschrieben. Aber Leute, hier ist noch ein Schloss, also brauchen wir noch einen Schlüssel. Ja, genau. Und hier sind noch einige Sachen drin, ne? Was ist hier noch drin? Ja, ist das drin? Ansonsten, na, je nach... Na, hier hat er auch drin. Kleingeld. Kleingeld. Oh, ein Zettel ist hier auch noch. Hab ich ja gar nichts gesucht. Ja, da hab ich gar nichts mehr gemerkt. Kleingeld. Du musst mal immer in der Tasche haben. Alter, das geht ab. Was ist das ein Hinweis zum Schlüssel? LOL. Alter, das ist ne... Das ist ne Karte. Eine Schatzkarte oder so. Naja, da wo der Schlüssel ist. Jetzt sag mal richtig, ein Schlüssel? Ein Schlüssel? Das ist aber echt ein krassiges Spiel. Das kann der Game-Manager gar nicht so gut machen. Gucken wir es gleich dran. Stift. Das war's. Krieg ich es eben auch ne? Ja, vielleicht, wahrscheinlich brauchen wir alles, was da drin ist. Leute, zieht euch das rein hier, Alter. Was geht ab? Einfach ne Schatzkarte, ne? Was kann das denn heißen? Das sind Kinder oder so, ne? Was kann das denn heißen? Und da ist ein Schlüssel. Das ist ein Spielplatz. Oder was sind das da für Manneken? Okay, der Schlüssel ist bei den Kindern. Okay, der Schlüssel ist bei den Kindern. Sind das Kinder? Der Schlüssel ist... äh, der Schlüssel ist irgendwie ein Spielplatz da. Da, wo das Kreuz wahrscheinlich ist. Ist das ein Spielplatz? Weil da so ne Rutsche ist. Da muss der Schlüssel irgendwo sein. Doch! Ey, ich kenn den Spielplatz sogar, der ist in der Nähe. Ja, kennst du? Das ist mit diesem Netz, dieses rote Netz. Ach, diese roten Netze da. Ach, die saßen? Ja! Das hier ist dieses... so ein Netz, da kann man so draufklettern. Im Stadtpark ist es doch. Ja, im Park, ja. Im Stadtpark. Ach krass. Und da ist dann der Schlüssel irgendwo drunter. Wo dann? Ey, das Kreuz! Ziehst du das ein Kreuz noch, Alter? Oh, naja. Und du denkst, du da ist der Schlüssel? Da! Ich hab ihn so lange gesucht. Denkst du, das heißt Kinderspielplatz wegen den Kindern? Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Play wegen Spielplatz. Und der will ja eh die ganze Zeit spielen. Hier noch irgendwas. Und anhand der Rutsche kann man auch genau erkennen, wo das Kreuz ist. Genau, genau. Kann man uns orientieren dran. Ja, irgendwo beim Netz. Ey, wo soll man da hin, Alter? Wir gehen da hin, Leute, mit der Karte. Ja, Mann. Das hier lassen wir lieber, äh, ja im Safe. Ey, wir haben da auch ein bisschen Respekt vor, weil... Natürlich könnte man das auf den Boden werfen. Aber wir haben da so ein bisschen Schiss, dass... Dann gibt's wieder Konsequenzen wahrscheinlich. Ja, der will... Also ich denk mal, dann gibt's wieder Konsequenzen. Ja, ja, ja. Wir wollen nicht wieder unser Auto fahren oder sowas. Also das ist gar nicht lustig. Äh, deswegen... Lassen wir das erstmal hier und warten auf eine Antwort. Ich hoffe, der schreibt uns noch. Ansonsten werden wir ihn einfach mal direkt fragen. Aber eigentlich sollen wir ja keine Fragen stellen. Ja. Nicht, dass dann auch noch Konsequenzen gibt. Deswegen zügeln wir uns dann auch ein bisschen warten. Aber jetzt gehen wir erstmal zu dem Schlüssel da. Okay. Aber denkst du, das ist hier von der Schlüssel? Von dem Ding? Von was sonst? Muss ja, ne? Ja, muss. Ich denke auch. Dann lassen wir jetzt gleich losfahren, bevor es runter geht. Auf geht's, komm. Okay, Leute, wir sind jetzt gleich am Startpark. Ja, Mann. Sind wir ja schon... Hier vorne müsste das sein. Das muss ja zu 100% sein. Weil ich kenn sonst keines, was auch diese Netze hat. Ja, dieses Netz. Die so ein bisschen Schwung haben. Das ist schon ausschlaggebend. So, hier ist unser Park am Start. Okay. Hey, das war echt eine Rutsche sehe ich schon. Ja, Mann. Ey, das ist doch da. Das ist da 100. Ey, eine Webseil war da ja auch reingezeichnet. Das ist auch eine Webseil. Ja? Wir gucken gleich nochmal auf den Zettel. Ja, Mann. Das ist... Wie ist das doch? Das sieht doch genau aus wie auf dem... Oh, ja. Das sieht genauso aus. 1 zu 1. Alter. Ja, Mann. 100% das ist. Das ist ja selbe. Ja, das ist der wahrscheinlich schon. Okay, Park mal hier. Ob Krüppel. Ja, einfach nur auf Krampf hier so reinzustellen. Jawoll. Leute, zieht euch das rein. Ey, da hinten ist jemand. Ey, hol mal die Karte. Meinst du, meinst du das der Game Master? Bestimmt. Siehst du den? Nita spielt da immer in seiner Freizeit. Warnst du, schuld die Karte? Zeigt sich nie so offensichtlich. Zeig mal die Karte. Komm, jetzt gucken wir mal die Karte. Guck mal diesen Karte hier. So. Da, in der Mitte. Das Netzteil. Dann ist... Jetzt durch das rein. Ja, doch. Wenn du es zu hältst, da ist die Rutsche, da ist die Wippe. Das ist genauso. Ja. Das heißt dann, wir müssen, um einen Schlüssel zu finden, jetzt kurz in dieser Position davor gehen. Dann können wir uns vorstellen, wo das X notiert ist. Würdest du sagen? Wir schauen uns das mal an. Ja. Wäre einfacher, ja. Die Wippe müsste eigentlich da sein. Moment. Wenn du genau so... Jetzt stell dir vor, du stehst da vorne. Genau so. Warte, komm, wir gehen mal hin. Ich zeige es dir. Ich seh dir jetzt genau davor. Ja. Hier in der Mitte ist das Teil hier. Ja, okay. Das Netzteil. Ja, das ist eh nicht eins zu eins alles gezeichnet. Oh, das Netzteil. Das müsste dann ja quasi... Ja, das ist jetzt dann da. Das ist jetzt nicht alles irgendwie angezeichnet. Obwohl? Ja. Eher wenn du so machst. Ja, stimmt. Da ist die Rutsche. Ja. Ja. Ich glaub das wäre dann eher da. Ich glaub hier so in der Ecke. Das ist ja eine Rutsche. Da links. Ja. Und da ist die Wippe. Ja, genau. Ja, genau. Ja, stimmt stimmt. Das heißt so ist richtig. So ist richtig. Das freut mich gar nicht schwer. Mach aber. Das hab ich dir gemacht. Komm. Hey, mach. Ich schließe dabei noch die Schatzkarte. Okay. Joaah. Da noch. Okay, irgendwo hier drunter, ne? Ja. Boah, das wird jetzt ein Fall der Akte, Alter. Hier ist nicht mal irgendeine Stelle. Ja. Wie soll man das denn hier finden? Wie soll das funktionieren, Digga? Ja, da sind überall Fußschapfen. Hier, hier, hier. Muss ja nicht heißen, dass das vom Game Master ist. Ah ja, vielleicht nach oben. Einfach mal alles angucken. Ja. Vielleicht müssen wir auch ganz hoch klettern. Denkst du? Kann auch sein. Okay. Warte mal, warte mal. Oh. Wer ist denn ich jetzt wirklich nicht raus? Als ob. Wie hart. Ey. Ab zum, ab zum Geld. Wie hoch war die Chance, dass sie das finden? 1 zu 1 Million oder was? Als ob. Ich hab den, glaub ich, nie gefunden. Als ob. Ich war so vorsichtig. Ah, naja, gut. Ist ja wahrscheinlich auch extra so gewollt, dass die den so finden. So. Schlüssel haben wir. Ich bin gespannt, Digga. Aber jetzt... Wie viele 50er... Wie viele... Und wir gucken nochmal, ob die echt sind überhaupt. Ja, das auch vor allem. Deswegen, vielleicht ist das ja nur ein paar Arsche hier alles. Am Ende hat er einfach so Monopoly-Geld reingetan. Gucken. Ja, ob das Spielgeld ist. Aber es sieht schon verdammt nicht aus. Geht, geht, funktioniert. Ja. Entschuldigung. Ist das offen, Digga. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Digga. Okay, mach auf. Tschüss aufzauern. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was geht ab, Leute? Wow. Scheiße. Wie viel ist das jetzt? Echt? 2, 2, 2, 3, 4, chillen. Digga, lass mal zählen. Ey. Ich komm drauf nicht klar. Okay. 2 Mal. 2 Mal. Also, ich zähle jetzt mal die Anzahl, dann nehmen wir es mal. Ja. 1. Warte mal ganz groß. Ist der echt, Digga? Ich weiß nicht. Guck mal kurz durch. Das sieht ein bisschen komisch aus, ne? Na doch. Papiermäh. Doch. Allein wegen den Rosangen da. Vielleicht durch das Licht mal, dass das durchscheint? Echt? Eigentlich kommt doch so ein... Wie heißt das? Äh. Ich weiß gar nicht. Die sind echt safe. Die sind echt safe. Allein wegen dem Silbernen da unten. Weil sowas kannst du doch nicht leicht... Wenn du einen Geldschein druckst, dann ist das... Warte. Wie kann das doch so... Ah, warte. Siehste? Boah, doch. Das sieht hart echt aus. Leute, schreibt mal in die Kommentare drauf, ihr denkt, der ist echt? Genau, Leute. Denkt ihr, der ist echt oder will er uns verarschen hier? Verdammt, ey. Doch, guck mal hier ist auch so ein Wasser. Doch, das ist echt. Wie ist das? Hier seht ihr das, Leute? Ja. Der ist safe, echt. Boah, das glaube ich, ne? Hier ist auch dieses Zeichen. Ja. Allein daran erkennt man es eigentlich schon nicht. Ich gucke mich gut das gleich mal. Ja, warte, will gar nicht ganz scharf werden. Ja, erzähl mal die Anzahl, ne? Zwei mal durch. Also eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Alter. Boah. Elf. Zwölf. Alter. Dreizehn. Vierzehn. Fünfzehn. Sechzehn. Siebzehn. Was? Achtzehn, neunzehn, zwanzig. Zehntausend macht das. Zehntausend macht das. Zehntausend macht das. Zehntausend? Zehntausend Euro. Zehntausend Euro. Oh mein Gott. Zehntausend Euro hier einfach. Was geht hier ab? Leute, warum gibt ihr uns das? Da muss ein Haken sein. Da muss ein Haken sein. Ey, was sollen wir denn machen, Leute? Alter. Was sollen wir denn machen? Zehntausend Euro, Mann. Ey. Ja und der will wahrscheinlich, dass ihr das für seine Zwecke aufgebt. Und das für euch privat ist es wahrscheinlich nicht. Wollte ich mal nicht so früh, da kommt bestimmt noch was. Wir zahlen als eine in die Bank. Ey. Na, da schreibt er doch direkt. Ja, wow. Jetzt kommt die Nachricht. Wird geschrieben. Das Geld nicht ausgeben. Ihr werdet es noch brauchen. Ich wusste es. Ich wusste es. Ich wusste es, da war irgendein Haken, Mann. Irgendwas muss zu faul sein, Alter. Wusste ich es auch. Aber ihr werdet es brauchen, Mann. Ich bin gerade so gefreut, Mann. Ich bin gerade so gefreut, Mann. Ich bin gerade so gefreut, Mann. Sag ich doch. Das war die Haken, Mann. Voll wenn ich nicht zu früh, da kam es den Fates noch was. Habe ich doch gesagt. Also wir dürfen gar nichts machen. Nein, wir dürfen gar nichts machen. Nein, wir dürfen. Ja, das war das Video von heute, morgen geht es weiter, ich hoffe ihr seid genau so gespannt wie es weiter geht wie ich, ansonsten ja nicht viel labern, morgen geht es weiter, ciao!